was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal no time mails haben sich ein paar sehr sehr interessante dinge ergeben die jetzt im nachhinein auch noch mal veröffentlicht wurden justin gates hat auch sein senf dazugeben und vieles vieles mehr freunde wenn euch das video gefällt das doch unbedingt gerne bewertung da auf diesem kanal nichts mehr zu verpassen danke für den krassen support und jetzt viel spaß bei diesem video eine kämpferin bzw eine bekannte hat im nachhinein ein statement gedroppt und hat gesagt dass ja viele viele leute im vorfeld ja über nacht gesagt haben dass sie herausgefunden haben dass sie eigentlich auf der waage mehr gewogen haben als sie dachten ja und das ist ein indiz dafür dass die waage eventuell ein bisschen kaputt gezinkt sein könnte ja und das ist natürlich eine sache die jetzt in den raum geworfen wurde diese person sagt auch ja ich weiß nicht ob das jetzt mit charles uly vader irgendwie im zusammenhang hängt oder ob er ja wirklich vielleicht sogar sein gewicht gemacht hat ja dass er wirklich das gewicht geschafft hat in diesem sinne und da gar nichts falsch war sondern nur die waage kaputt war ja weil viele viele kämpfer auch im vorfeld ja einfach auf dieser waage schwerer waren als sie eigentlich waren ja justin gates sagte nur ganz trocken dazu drei von vier kämpfern macht ein championship weight also hört auf mit dem scheiß gequatsche ja damit meint er natürlich sich michel chandler und tony fergusen ja und das ist natürlich eine sache die man so einfach ein bisschen ja überschauen kann wie gesagt viele hat mit der waage problem ich habe es auch bei euch in den kommentaren gelesen viele haben sich darüber ein bisschen aufgeregt und dann ja wurde letztendlich auch gesagt dass justin gates beziehungsweise einen vorwurf bekommen dass er letztendlich auch 0,5 pfund über dem gewicht auf einer anderen waage war ja und das auf zwei anderen waagen und dann sagte justin gates ja ihr seid alle brasilianer ja ich habe das gleiche gewogen auf der digitalen waage und auf der offiziellen waage ja und justin gates hat wie gesagt gerade eine richtige hatewelle bekommen auch aufgrund des posters sagte ja dieser arme bastard muss immer noch gewicht hatten ja ich bin schon wieder bei 165 pfund ja also hat er da schon wieder 7,5 kilogramm ungefähr zugenommen während er noch am sterben ist und bei gewicht machen ist und ja das war fünf minuten bevor er letztendlich wieder auf die waage gegangen ist und es dann hieß dass er gewicht nicht geschafft hat und dafür da richtig hate bekommen islam achatschef auch noch mal darauf reagiert und sagte ja egal was da gekommen ist halt den kopf oben charles ich wünsche dir viel glück für morgen und wir alle wissen dass du der champ für einen grund hier bist und ja ich freue mich darauf den gewinner des kampfes zu kämpfen egal ob der titel vakant ist oder ob es einen neuen lightweight champion gibt ja und das natürlich eine ansage von islam achatschef er freut sich darauf den nächsten kampf zu kämpfen um den titel erstmal muss dann natürlich an benel darius vorbei aber dann sind wir wirklich islam achatschef gegen justin gage oder charles olivada aber zuerst muss noch eine andere person kommen und zwar corner mcgregor da habe ich auch in einem video ausführlich drüber gesprochen freunde das werdet ihr auch gleich sehen ja das wäre es mit dem video lasst hier mal gerne like und abo da was sagt ihr zu dieser waage sagt ihr das was dran oder er nicht ansonsten bis zum nächsten mal hier bei no time in may